Okay, die können fliegen. Das ist neu. So. Und jetzt sollte da auch mal jemand was hinbauen. Äh, nein, das mache ich nicht. So blöd bin ich jetzt nicht. Warum kann denn da angeblich keiner ne Fackel hinbauen? So. Geht doch. Ich hätte gerne ne Anzeige, wo man sehen kann, wie viel Imps man noch hat. Oder ob man überhaupt Imps hat. Ja, toll, alles rot. Warum dat denn jetzt? Braucht ihr noch ein Portal, oder wat? So, geht doch. Verstehe nicht, wat ihr hier meckert, kleine, liebe, nein. Liebe Zwerge, wat meckert ihr denn hier? So, geht doch alles. Den da greifen wir auch gleich an. Mal sehen. Muuuuhahaha, ha, 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 ha. Obwohl, den nicht. Ah, hier kann jetzt Erde hin. Oh, ein Buch. Oh, ein Buch. So, ich verlängere das Portal mal, in der Hoffnung, dass ich den niedergekloppt kriege. Jagdbuch. Na, komm schon. Junge, durchs Portal sollst du. Alter, der macht ihn fertig, bevor er da ist. Mit den Feuerbällen, das ist ja richtig fies. Alter, du bist auch ein doofer Zwerg. Ehrlich, jetzt mal. Okay, lass den mal kurz in Ruhe. Fünf Zwerge haben niedriges Leben. Wo ist denn eigentlich das Portal? Wo geht das eigentlich hin? Geht das hier nach oben? Oder ist hier unten auch ein Portal? Nö, hier unten ist kein Portal. Ach, wobei, er ignoriert den Zombie. Der ist auch gleich down, würde ich sagen. Wenn die Zwerge noch ein bisschen schlafen. Wo geht denn der jetzt hin? Okay, er macht Apfelkuchen. Apropos Apfelkuchen. So. Gut, da schlafen die jetzt ein bisschen. Gucken wir mal, wie es um die Ausrüstung bestellt ist. Hm. Der hat keine Spitzsacke mehr. Kann der nicht angehen. Wo sind seine Spitzsacke hin? Ist die kaputt gegangen? Hm. Okay. Habe ich da gerade irgendeinen? Wow. Okay, ich warte jetzt ein bisschen. Jetzt haben wir hier eigentlich noch ein Aufgaben. Master Alchemie. Master Weaponry. Reparier das Portal. Okay, ist das neu? Mal sehen. Ja, Master Alchemie. Das ist neu. Huhu. Haben wir uns quasi durch das nicht erfolgte Update zu Mithrilworks hingeschummelt. Aber Master Weaponry haben wir auch noch nicht komplett laut diesem neuen Update. Und dementsprechend hätten wir auch kein Master Armoring eigentlich. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Ach, für solche Dinge haben wir doch Imps, oder? Nee. Der baut da was ab. Okay, dann greift... Nein, ihn angreifen. Okay. Okay, seine Kraft wird schwächer. Ja, sag mal. Der hat ja gar nix. Gerade neu da und schon hier Reagan. Der hat ja nix. Sag mal, der will wohl echt schnell drauf gehen, habe ich so den Eindruck. Nicht mal ein Schwert gar nichts. Oder hier, ein Speer des Pucks. Was auch immer das ist. Ja, gut. Gerade neu auf der Welt und schon wieder tot. Das ging ja mal schnell. Das ging ja mal schnell. Ungarn. Und so mal tot. Lilly. Einschneid. Musik. Schwert du. Ja. Musik. Musik. Bis zum nächsten Mal.